Norden, egal wo du hingehst, du wirst keinen Menschen finden, dem man folgen sollte, außer Mohammed. Zweitens, Gerechtigkeit unter den Brudern. Es ist schon deutlich im Kleinalter, dass die Eifersucht unter den Geschwistern groß ist. Und es gibt ein Hadith über Nu'mal ibn Baschir, also er hat zehn Brüder gehabt. Der Vater liebte diesen Nu'mal ibn Baschir, weil er klein war. Man hat mal einen Bedouin gefragt, welcher deiner Kinder ist dir am liebsten? Da sagte der Kleine, bis er groß wird und der Reisende, bis er zurückkommt. Subhanallah. Nu'mal ibn Baschir war ein kleines Kind, dann sagte er zu ihm, er liebte ihn, schenkte ihm was und hat die anderen verlaglicht. Die Mutter, und achtete darauf, die Mutter, eine Frau, Jazaha Allahu Khairat, Radiyallahu Anhu Ardaha, eine Frau, die ihre Religion versteht und praktiziert, sagte zu ihm, du machst hier nicht weiter, bis du den Prophet fragst, sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte Nu'mal ibn Baschir, dann nahm mich mein Vater an der Hand und dann nahm mich zum Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, dann sagte er, ja Rasulallah, ich habe zehn Kinder, aber ich liebe diesen kleinen Meer und ich bevorzuge ihn. Dann sagte Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, möchtest du, dass alle Kinder gleich dich respektieren, zu dir Baba sagen und dich lieben? Sagt er, dann sei gerecht zu ihnen. In einer anderen Erzählung sagte er, such dir einen anderen Zeugen für dieses schlechte Verhalten von dir. Subhanallah. Wir dürfen uns nicht vor den Kindern streiten. Das Recht des Kindes ist es, dass wenn ich mich mit meiner Frau streite, dass dieser Streit in guten Worten geschieht und dass dieses Kind, der da steht, dass er nicht zu seiner Mutter sieht, wie sie fertig gemacht wird, von seinem Vater, der gerade in der Moschee gepredigt hat. Subhanallah. Und es gibt viele Studien darüber, dass die Streitereien vor den Eltern wirklich seelische Krankheiten aufrufen können. Subhanallah. Die Religion lehren, das Kind ist schon Moslem. Wir müssen einfach, wenn das Kind geboren ist, nur was machen, diese Religion weitergeben. Warum? Weil das Kind wird schon als Moslem geboren. Der Rasul salallahu alaihi wa sallam, Hadith Abi Hurayra, Bekharin Muslim. Der Rasul salallahu alaihi wa sallam sagt, ma min mawnoodin illa wuladu ala al-fitra. Es gibt kein Kind, der nicht schon als Moslem. Er weiß schon hier drin im Herzen, er gehört zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er stammt von Allah. Doch was machen die Eltern? Machen aus ihm einen Juden, einen Christen oder einen Religionsloser? Subhanallah. Und der Rasul salallahu alaihi wa sallam hat das beschrieben mit einem Tier. Er sagte, wenn das Tier auf die Welt kommt, vollkommen ist, und dann geht irgendjemand und schneidet das Tier mit dem Messer an den Ohren, an den Beinen und so, dann ist das Tier nicht mehr vollkommen. Aber von Allah kam es vollkommen. Und so ist das mit dem Kind. Er ist auf die Welt vollkommen gekommen und er wusste, dass er Allah subhanahu wa ta'ala anbeten sollte. Und wallahil azim, heute sehen wir viele Leute, die sogar konvertieren. Vor zwei Wochen sind zwei Leute zu uns konvertiert. Zwei junge Leute, einer 21, einer 20 Jahre. Einer von denen, normalerweise ist er Muslim. Normalerweise ist er Muslim. Doch die Eltern sind keine Muslime, sagt er. Und dann kam er und hatte die Schahada ausgesprochen. Subhanallah. Mut, zu Mut erziehen. Wir müssen unsere Kinder zu Mut erziehen. Ich habe gerade den Fall mit Zigaretten oder mit etwas. Wir müssen ihnen Mut beibringen. Er darf die Wahrheit sprechen. Und das wird er auch von seinem Vater lernen. Wenn der Vater ein Mann ist, der die Wahrheit sagt, wird sein Sohn auch die Wahrheit sprechen. Und ich habe vielleicht ein paar Mal schon das erklärt, dass wir manchmal unseren Kindern mit schleichenden Sachen Lügen beibringen. Weißt du was? Sogar schon beim Telefonieren, Kleinigkeiten. Telefon geht an. Ich bin zu Hause ruhig, vielleicht Dars hören oder Dars vorbereiten. Klingelt das Telefon. Mein Kind direkt an das Telefon. Hallo? Jetzt die Stimme sagt, ist dein Papa da? Ich zu meinem Sohn. Nein, sag ihm, ich bin nicht da. Sag ihm, ich bin nicht da. Ich kann ja nur froh sein, dass mein Sohn nicht zu dem Mann sagt, Baba sagt, er ist nicht da. Aber ich habe meinem Sohn in diesem Moment, ohne darauf zu achten, beigebracht zu lügen. Beigebracht, dass man Leute nicht respektiert und dass man die Wahrheit nicht sprechen kann. Subhanallah. Abu Dawood al-Tabarani hört man diesen schönen Hadith. Überliefer ein Hadith, dass eine Gruppe von Menschen an den Propheten, Mohammed s.a.w. zog, vorbeizog. Ein kleiner Sohn mit seiner Mutter stand da und die hatten so Gebetssteppiche. Irgend so etwas ältere Jungs haben ihnen dann die Gebetssteppiche weggenommen. Der Junge hat sich das nicht gefallen lassen. ist zu dem Propheten Mohammed s.a.w. obwohl er Angst hatte, dass diese vielleicht entstanden. Und sagt, ja Rasulallah, diese Gruppe, die gerade vorbeizog, einige Jungs von denen haben die Teppiche meiner Mutter geklaut. Dann ist Rasul s.a.w. da hingegangen und hat die Teppiche zurückgeholt. Und Rasul s.a.w. sah ihn und sagt zu seiner Mutter, möge Allah s.w.t. dich segnen für diese Erziehung für dein Kind. Mut, Mut zur Wahrheit, Mut, in der Schule da zu stehen und jemand spottet über die Religion und ich kann was dagegen sagen. Heute viele Kinder, vorgestern kam ein Jugendlicher zu mir, sagte, unser Biologielehrer hätte etwas vom Koran gelesen und dann hat er einen Vortrag gemacht in der Schule, wie schlecht der Koran ist und wie durcheinander der Koran ist und sagte, ich fühlte mich so klein, ich konnte nicht antworten. Mut zur Wahrheit, Muslime, Mut zur Wahrheit und Mut, dass wir sagen, was wir denken, inshaAllah. Und, ich spreche nur ganz kurz inshaAllah darüber, die Rolle des Vaters ist eine sehr gefährliche Rolle und wisst ihr, das Schadr al-Kufri fil Ard, das heißt, der Kufr, dieser Unglaube auf der Erde, ist auf Kosten der Väter, wisst ihr das? Der Koran berichtet uns, dass jedes Mal, wenn ein Prophet gekommen ist und sagte zu ihnen, ruft, sagt la ilaha illallah, qalu inna wajadna aba'ana, unsere Väter haben doch was anderes angebetet und sind durch diese Sunna der Väter ungläubig geblieben. Deshalb, die Rolle des Vaters im Islam ist eine sehr, sehr gefährliche Rolle und der Mutter sowieso, weil die Mutter verbringt viel mehr Zeit mit dem Kind als der Vater. Das heißt, der Vater kommt von Arbeit vielleicht, wie viel Zeit hat er, eine halbe Stunde, eine Stunde mit dem Kind, aber die Mutter hat viel mehr Zeit und die sollte ihre Zeit nicht damit verbringen. Wir sehen das in den arabischen Ländern, ich wundere mich, wenn ich nach Ägypten fahre, gehst du in einem Laden, alle tragen Kopftuch und dann MTV auf Arabisch und alle am Tanzen und gute Laune, subhanallah. Ich denke, was ist das für ein Islam, ich verstehe das nicht und du kannst dir sicher sein, dass diese Mütter ihre Kinder so zu Hause erziehen. So erziehen sie ihre Kinder, hishik, hishik, subhanallah. Die erste Gefahr, über die ich reden möchte, wenn wir über die Rechte des Kindes reden, müssen wir unsere Häuser von dem Munkar reinigen, von dem Munkar, Abscheulichkeiten reinigen. Das heißt, es darf keine Musik dort gespielt werden, es darf nicht schlecht gesprochen werden, nicht gespottet werden, es dürfen treffende, gute Worte gesprochen werden. Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sagt uns, ein Bild nicht an der Wand hängen, warum? Die Engel kommen nicht rein, kein Hund soll da sein, warum? Um diese Zusammenhaltefamilie zu gewährleisten, subhanallah. Und, Al-Tirmizi überliefert ein Hadith und ich denke, die meisten kennen dieses Hadith. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, Wer ein Munkar eine Abscheulichkeit sieht, soll sie mit seiner Hand ändern. Wer nicht kann, dann mit seiner Zunge, das heißt mit Worten. Wer nicht kann, dann soll er es tun, mit was? Mit seinem Herzen. Und das ist das Mindeste an Iman. Deshalb das Haus, dieses Haus, wo ich wohne, die Welt draußen, die kann machen, was sie will, aber da, wo ich wohne, soll Religion ausgeübt werden. Das Kind lernt von Anfang an, Wallahi, ich habe das an meinem Sohn gesehen. Ich habe gebetet, es ist gekommen. Jetzt hat er schon so viele Sachen gelernt, ohne dass ich ihm das beigebracht habe. Er sieht, in diesem Haus wird Allah angebetet. Frage ihn, wo ist Allah? Sagt er im Himmel. Sagt er, was sagt man nach dem? Er hat diese Sachen gelernt. Mit welcher Hand, wenn wir auf Toilette waren, waschen wir uns? Weiß er diese Sachen? Dieses Zuhause muss rein werden von diesen Einflüssen und er muss lernen, dass diese Religion Gesetze und Regeln hat. nach denen er leben muss, wie sein Vater und seine Mutter danach leben. Subhanallah. Trennung von Jungs und Mädchen. Und ich komme jetzt zu einem Bereich zu sprechen, der so gefährlich ist unter uns Muslime. Und natürlich, wenn wir heute, wie der Prophet Mohammed gesagt hat, wenn das Kind sieben Jahre alt ist, sollten wir ihm das Gebet beibringen. Wenn er zehn Jahre alt ist, sollten wir etwas strenger vorgehen. und dann sollten wir die Kinder und die Mädchen trennen, kommen die und sagen, was wollt ihr denn? Ich meine, es ist doch seine eigene Schwester. Aber es wird viel unter dem Stich gekehrt, unter den Muslimen. Wisst ihr, wie viele Cousins ihre Cousinen vergewaltigt haben? Wisst ihr, wie viele Cousins ihre Cousinen angegriffen haben? Geht zum Frauenhaus. Geht zum Frauenhaus und guckt, was da los ist. Ich bin schon selber schon in mehreren Fällen mit gewesen und habe gesehen, wie eine Schwester von 16 Jahren von dem Mann ihrer Schwester so angegriffen hat. Du hast ihr Gesicht nicht erkannt. So hat er sie angegriffen. Und das wird immer unter den Tisch gekehrt. Aber wo ist der Fehler? Während der Mann zu Hause sitzt, geht die Schwester zur Arbeit und lässt ihre junge Schwester zu Hause mit ihrem Ehemann und denkt, alles ist in Ordnung. Nein, wir müssen. Das ist der Schutz der Tochter und des Kindes, dass wir diese Grenzen Allahs bewahren. Wenn ich zu Hause bin und gehe raus und ihr Cousin, nein, du gehst mit mir raus oder ich nehme meine Tochter mit, ich beschütze sie, ich lasse sie, diesen Leuten nicht zu und Wallahe l'Azim, ich möchte eigentlich nicht viel darüber reden, weil das, was ich weiß, ist viel mehr, als das ich euch erzählen kann. Aber ich kann euch sagen, viele Schwestern kennen ihre Cousins. Natürlich der Vater, ihr eigener Vater hat ein anderes Bild von dem Cousin, aber die Schwestern kennen ihren Cousin und die wissen, wie er ist. Deshalb versuchen sie, sich da fernzuhalten und der Vater sagt, ach, das ist doch dein Cousin und gib ihm die Hand und sitz mit ihm und rede mit ihm und reise mit ihm. Subhanallah. Subhanallah. Deshalb wurde im Islam was, Aurat. Kennt ihr die Aurat? Es gibt Aurat. Wenn ich zu einer Familie gehe und an die Tür klopfe, ich stehe nicht so vor der Tür und ich gehe nicht einfach so rein, wo ich hin will und setze mich wo in die Tür. Nein, ich warte, bis derjenige die Tür aufmacht, während ich mit dem Rücken zu der Tür stehe. Es kann ja sein, dass seine Tochter vielleicht gerade läuft. Seine Frau möchte in die Küche gehen. Und er hat nicht darauf geachtet und die Tür aufgemacht. Das sind Aurat. Aurat sind etwas, was jede Familie verstecken möchte. Genauso wie der Aurat im Gebet. Und ich kann euch ein Hadith erzählen. Dieser Hadith ist überliefert von Imam Abu Dawood. Und das ist auch ein Rat an die Schwestern und die Berat, die viel lästern und jede Angelegenheit, die sie gehört haben, einfach direkt verbreiten. Der R. S.A.W. sagt, Ja, Wallahi, dieser Hadith, ja, ja, ma'ashara man amane bilisaneh, wala ma'yadkhulu l'imanu kalbah. Allah. Sagt der R. S.A.W. O ihr diejenigen, die Iman erlangt haben durch ihre Zunge, doch der Iman hat ihre Herzen noch nicht erreicht. La tagtabu muslimin. Ihr solltet nicht über die Muslimin lästern. Und ihr solltet ihre Aurat, Aurat, das heißt, was die zu verdecken wollen, nicht verfolgen. Wer die Aura eines Moslems verfolgt, verfolgt Allah seine Aura. Und er verfolgt sie auch wenn er mitten in seiner Wohnung sitzt. Aurat. Das sind Aurat. Sachen, die wir verstecken müssen. Eine Tochter, eine Schwester, da müssen wir sie beschützen. Subhanallah. Und der R. S.A.W. hat in vielen Hadithen gesprochen darüber. und ein Hadith überliefert von Bukhari. Hört mal zu, zu eurem Propheten, Mohammed S.A.W. sagt er, euch ist der Zugang zu den Frauen nicht gestattet. Sagt er zu den Sahabern, euch ist der Zugang zu den Frauen nicht gestattet. Da stand ein Mann auf und sagte, ja, Rasulallah, und was ist mit Al-Hamu. Al-Hamu ist der Mann der Schwester. Sagt er Al-Hamu Al-Maut. Al-Hamu bringt den Tod mit sich. Subhanallah. Wie können wir das verstehen? Manche Gelehrte haben das versucht zu erklären. Ich versuche ein bisschen zu erläutern. Manche sagen, weil der Prophet Mohammed S.A.W. hat gesagt, derjenige, der Sinna begeht, tut das nicht, wenn er Mohammed ist. Das heißt, in dem Moment, wenn Sinna geschieht, ist die Religion getötet worden. Da ist kein Iman mehr im Herzen. Subhanallah. Zweitens, diese Tat konnte dazu führen, dass die Ehe beendet wird. Oder es kann ja sein, dass vielleicht in Gemenge der eine geht auf den anderen los und der eine vielleicht den anderen tütet. Subhanallah. Verguckt mal, der Rasul S.A.W. sagt, das ist der Mann der Schwester. Letztens sagte ein, sagen wir, ein Muslim auf Papier, zu der Schwester seiner Frau. Trägst du immer Kopftuch von mir und trägst lange Klamot und gibst ihm nicht die Hand und sitzt nicht neben ihm. Dann sagst du ihm, ist das Haram. Dann sagst du zu ihm, nein, ich bin Mahram auf Zeit für dich. Diesen Begriff habe ich noch nicht gehört, ich muss das natürlich erläutern. Wisst ihr, was er damit gemeint hat? Hat er gesagt, in einem Fall, wenn er sich von seiner Schwester, von seiner Frau trennt, könnte er die heiraten oder wenn seine Frau stirbt, könnte er sie heiraten. Das ist Mahram auf Zeit, deshalb er kann sie sehen, Bekan und er ist von Gefahren und einer der schleichenden Gefahren, die wir haben, dass wir unsere Kinder nicht alleine erziehen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Da ist das Kindergarten, da ist die Schule, da ist der Fernseher, da sind die Filme, da sind die Zeichentricks. Guckt ihr heute die Zeichentricks. Es gibt Zeichentricks heute, skandalös.